So, das ist eine Soundwave-Box. Hier könnt ihr sie sehen. Hat auch einen Grill. Den setze ich aber nicht auf, da kann man das besser sehen. Der Woofer, der ist, oder der Tieftöner, der ist halt 5,25 Zoll, also 13 Zentimeter groß. Silberne Dust-Cap, das ist wahrscheinlich eine Attrappe und das ist der Hochtöner. Wir haben noch nicht reingeguckt, was ich aber bald machen werde und wir gucken, was das, wofür das hier gut ist. So, hört. Das hat so 20 Watt. Und 30 Watt oder sowas maximal. Das hier ist Plastik. Das ist eine Pap-Konus-Membran, das auch. Ja. Innen kann man nichts sehen. Ich versuch's mal mit der Taschenlampe. Da sieht man was. So, äh, tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Wenn ich mir diesen Lautsprecher hier mal genau angucke.